Musik Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurer weiteren schnellen und super leichten Platin mit dem neuen Spiel von T-Games, The Jumping Cookie Turbo. So, die normale Version ist ja schon am Freitag erschienen, jetzt heute auf den Sonntag die Turbo-Version. Kostet wie immer 2,99 Euro. Gibt es für PS4 und PS5 keinen Quors bei 8-fach Platin möglich, wenn ihr euch das Ganze noch im Asien, Japan und US-Store kauft. Ja, eine Minute Platin, einfach X gedrückt lassen, bis der Counter oben links auf 500 ist und natürlich gibt es wieder bei dem Spiel ein Gewinnspiel. Einer von euch hat wieder die Möglichkeit, die PS4-Version hier bei mir zu gewinnen, indem ihr einfach mit dem Wort Turbo kommentiert. Also, das Wort Turbo muss in den Kommentaren stehen. Ihr kennt das. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, worum es hier geht. Ja, Auslosung ist dann die Woche und Dienstag, spätestens Mittwoch. Aber das Gewinnspiel an sich geht bis am Dienstag. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Now I'm Hungry. Das ist die Platin von The Jumping Cookie Turbo. Und damit verabschiede ich mich turbomäßig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.